Mit dem E-Banking der Hyperdekar Bank Lenzburg haben Sie Ihre Finanzen jederzeit im Griff. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das E-Banking aktivieren können. Lassen Sie zuerst die FinSign-App über den App Store oder über Google Play auf Ihr Smartphone. FinSign brauchen Sie nur für die Authentifizierung. Geben Sie FinSign nach dem Öffnen Ihres Einverständnis, dass Ihnen die App Mitteilungen schicken kann. Das vereinfacht später den Anmeldungsprozess. Für die Aktivierung von FinSign haben Sie von uns einen Brief mit einem Aktivierungscode bekommen. Erlauben Sie der App den Zugriff auf Ihre Handykamera und scannen Sie den Aktivierungscode. Lassen Sie sich einen persönlichen PIN einfallen, geben Sie ihn ein und bestätigen. Je nach Gerät können Sie Face ID oder Touch ID nutzen. Jetzt ist FinSign aktiviert. Wechseln Sie anschliessend mit Ihrem Desktop-Gerät zum E-Banking der Hyperdekar Bank. Für die erste Anmeldung brauchen Sie die Vertragsnummer und das Passwort. Beides haben Sie per Brief bekommen. Für die Authentifizierung mit FinSign kommen Sie eine Push-Nachricht über, wenn Sie dem bei der Aktivierung von FinSign zugestimmt haben. Wenn Sie keine Push-Nachricht bekommen, müssen Sie die FinSign-App manuell öffnen. Anmelden können Sie sich je nach Gerät über Gesichtserhängung, Fingerabdruck oder über den persönlichen PIN, den Sie bei der Aktivierung von FinSign festgelegt haben. Kontrollieren Sie, dass die Briefziffer im E-Banking mit der in der FinSign-App übereinstimmt und bestätigen Sie das mit der grünen Schaltfläche. Wenn die beiden Zahlen nicht übereinstimmen, brechen Sie mit der roten Schaltfläche ab und versuchen Sie es nochmal. Im E-Banking auf Ihrem Desktop-Gerät müssen Sie jetzt noch ein neues Passwort setzen. Das aktuelle Passwort ist das, was wir Ihnen per Brief geschickt haben. Setzen Sie das neue Passwort und bestätigen Sie es. Die erforderlichen Passwort-Kriterien erfüllen. Wir gratulieren, Sie haben das E-Banking erfolgreich installiert. Jetzt haben Sie jederzeit und von überall her Zugriff auf Ihre Finanzen. Easy und unkompliziert. Das neue E-Banking von der Hyperdekalbank Lenzburg.